Herzlich Willkommen auf Roberts Classic Chief. Dieses Video werde ich heute in deutscher Sprache halten. Weil es meine zweite Muttersprache ist und ich in Deutschland über 30 Jahre geliebt habe, von einer Bekunft an bis zum Jahr 2005. Und deswegen, ja, heute in deutscher Sprache. Was ich heute in dieser Rassur nehmen, ist die Willkünsungswort Chavette. Ziemlich abenteuerliches Vergnügen für mich, weil ich noch in der Phase vom Lernen bin, mit diesem Ding umzugehen. Und wie ich auch gehört habe, ist es eines von den am schwierigsten zum hantieren Rasiergeräten. Und naja, so wie ich jetzt weiß, hätte ich mir lieber durch ein richtiges Rasiermesser gekauft. Das Problem ist nur, ich kann selber nicht schleifen und in der Nähe von mir gibt es keinen Schleifmeister. Und irgendwo in die Pfanne zu schicken, so im Ding, naja, das ist für mich momentan ein bisschen zu abenteuerlich. Okay, das war das Produkt. Dann als Sippbrinsel werde ich den Nabless von Yaki nehmen, sehr schöner Rasch, und weiß-blau und weiß-blau. Gut, ja, als Rasiercreme und das hier Aftershave Splash werde ich von Slea de Amaris nehmen. Ein Barbarzent, was mir sehr gefällt, kräftiger und je älter ich werde, desto mehr mag ich diese kräftigen Düfte so beschweren. Auf der Seite von Netz Plus Ultra Cosmetics steht folgendes für die Duftnote vom Aftershave. D'Amar, das lese ich euch jetzt mal vor. D'Amaris Barbar Original Aftershave Splash ist der perfekte letzte Schleif für eine frische Miraceau. Eine süße Mischung, die von bekannten Pariser Parfümern entwickelt wurden. Einen komplexen blubigen Touch erleuchtet von einem anderer Farben im Herzen. Die prickelnden, frischen Kopfnoten bringen Leichtigkeit in diesen angenehmen Duft. Kopfnoten, Nerovi, Bergamote, schwarzer Pfeffer, Herznoten, Safran, Amber, Jasmin, Basisnoten, Tabak, Zederhölz und Kaschmir. Als Pre-Shave oder Vorrasur Behandlung werde ich den Cube von B.E.A. nehmen. Ich werde jetzt mein Gesicht vorbereiten für die Rasur. Als Allow für die Finger, dass ich eine Festigkeit habe, werde ich den Ausmalblock benutzen. Ja, und ich gehe jetzt alles vorbereiten und dann komme ich gleich wieder da. So, ich bin vorbereitet, ich habe mein zwei Tage ca. alter Bart. Ja, und ich mache es auch auf Chile auf meinem Kanal und auch so als Rasierfreunde auf Facebook und überall. So, ja. So, ja. So, ja. Das Gesicht. Aufschremen. Wie ihr seht, das ist perfekt. Das ist auch schön. Diese Creme hat wirklich einen sehr angenehmen Duft. Das ist für mich hervorragend. Und genau wie ich es muss. Und diese Rasierfreunde ist wirklich sehr günstig. Ich weiß jetzt nicht genau wie der Preis. Aber ich werde ihn dann so da 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 entscheiden. So kann man sich ja auch den Preis sieht. Oder in den Beschreibungen. Oder in den Beschreibungen. Und Videos darüber kann ich dann den Preis schreiben. Und ja, dass ihr irgendwie, was ich dafür bezahlt habe. Aber es ist wirklich sehr, sehr günstig. So, ich werde eins oder zwei durchgehend machen mit der Charrette. Ich nehme mehr. Wie gesagt, ich bin noch in der Planphase. Und die Querpass, da geht bei mir gar nicht noch. Ganz absolut. Mit. Und gegen ihn. Ja, ähm. Mit geht. Gegen ihn. Aber. Gross. Nicht. Nicht. So. Ich denke mir doch, ob es mir jetzt schmeckt. Ich denke mir doch, ob es mir jetzt schmeckt. Das lässt sich sehr gut von der Klinge runter in den Schaum. Das ist auch neu für mich ist. Ja. Mit meiner linken Hand zum Arbeiten. Dann schau. Bitte, dass wir gerne aner…? Tag. Ich muss sagen, sehr glatt, also die Kreme gleitet sehr schön mit dieser Kreme, also die Kreme gibt sehr guten Schutz. Ja, hier haben wir die Kreme. Jetzt kommt die Kreme mit der Kreme mit der Kreme mit der Kreme. Alter Rücksicht, ja. Ja, man liegt dann sowieso. Aber, ist auch nicht bei mir. Ich bin doch der Atem, der sich zu erlädt. Ich bin doch frei. Das ist auch so ein Punkt bei den Videos. Ich kann ihn durch die Einstellung, dann mit mir und umreißen. Ich weiß nicht, ob ihr das seid. Ich habe sicherlich auch nicht so richtig sieg. Gerade bei Charite nutze ich doch am Hals richtig sehen, was ich mache. Bis zum nächsten Mal. Das geht mir doch die Sicherheit dann vor. Wir werden jetzt hier auf dieser Seite sehen. Das wäre wie in Rot. Günstiger. 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 HERV rom higher. Günstiger. 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 Ich habeidihaa aus. G culziger. So, der Eis der Durchdruck ist schon nicht ganz gut durchgegangen für dich, ohne Hübschen. Großartikel, Misuren und so, auch weil ich jetzt so einen Arbeitstag ganz zufrieden mit der Rasur, ist nicht ganz perfekt, aber echt Volker Maus, wenn es zur Arbeit geht. Ja, ich muss jetzt aufhören, das Afterschiff aufs Gesicht schmieren und ab in die Arbeit. Anziehen, ok, klar. Das T-Shirt, was ich benutze, ist so ein altes T-Shirt, wenn das ich so für diese Videos benutze. Ich glaube, ich habe die Dreckig machen, das ist ja nicht wurscht, das ist eigentlich nur nass und das hier schon, also die Seife, das ist ja nichts Schönes. Ich habe ungefähr eineinhalb bis zwei Zentimeter von dieser Losecreme in den Rasch, die Losecreme hineinbegeben. Jetzt reicht die Falten aus, sogar für drei Durchgänge. So. So. Zweiten Baustand. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und mein Hals nach oben ziehe. So versuche ich das ein bisschen zu stretchen, die Haut glatt zu bekommen für die Rasur. Ja, die Wangen-Praktis, die gehen noch einigermaßen, würde ich sagen. Hey, 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 hey. Es macht einen Kumpel, der in den Kumpel zu lassen, wenn es in den Kumpel geht. Da habe ich einen Tipp bekommen, von der Seite habe ich auch probiert, vielleicht dasselbe. Ich habe einen Tipp, 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 dasselbe. Da war irgendwas im Weg wahrscheinlich. Das zeige ich mir jetzt so. So, den Schnauzer, den mache ich nochmal mit, weil weder seitlich noch von unten. Oh, irgendwie. So, vielleicht wird das mit einem richtigen Versignissen sein. Das ist für die Leichtheit wie für mich. Aber zuerst muss ich Riemen hier in der Nähe herausfinden. Das wird gehen, das ist kein Problem. Ich denke auch, Schleifen wird nicht so oft gebraucht. Aber trotzdem möchte ich jemanden in der Nähe haben. Das wäre dann, dass das Rasiermesser Schleifen richtig drauf hat. Dass ich durchzudem einfach mit dem Auto hinfangen kann. und das abgeben kann. Und ja, damit wir das abschleifen können. Ich finde, wie oder so. Das ist ganz gut gelungen. Ich mache jetzt hier noch den Rest mit Parka, mit dem Parka Varianten machen. Auf der Stufe 3. Ich mache jetzt noch den Säuberungsdurchgang. Da werde ich auch eine halbe extra Klinge nehmen. Die ist jetzt komplett neu. Die halbe, das war der zweite Durchgang mit der halben. Die habe ich jetzt schon zum zweiten Mal benutzt. Was in der Chavette drin ist, falsch eingesetzt. Die Klinge in der Reihe. Der Variante hat ja so ein Zeichen. Hier, ja. Die müssen zusammen sein. Sonst ist es nicht gut. So. Was habe ich? 2 und 3 habe ich gesagt. Ich gehe doch auf 2. 3. Das kommt ausreichend für den Rest. So. Dann machen wir das aufstellen. Für noch ein bisschen. Vielleicht kürzen. Das Video in ein paar Stellen. 733. 1 bis 20 gx. baseball-ball-ball. Das拌 sandwiches. one bringes At다는zus. Man owners센ter. 1 bis 20. 2 bis 30 vergangenen. 3 bis zum 30 Magenfritz. We وال sieben Sch atfolies. Bis zum nächsten Mal. Es ist doch schon wesentlich einfacher, sich mit einem Rasierhubel zu rasieren, auch jetzt in dem Fall. In dem Parka-Variant, der doch von, ich sag mal so, etwas über den Kingsley Jouret anfängt auf der Stufe 1. Es ist doch schon ein bisschen mehr effektiver als der Kingsley Jourette. Und bis zu dem Plus 5, also eine 10, wo er dann extrem aggressiv ist. Und... Der Rasierhubel auch Sicherheitsrasierer genannt wird. Es ist wirklich in diesem Vergleich wirklich ein Sicherheitsrasierer. Natürlich muss man ein bisschen Übung haben. Besonders nach jahrelangem falschem Rasieren, sag ich mal. Oder... Faulen Rasieren... Mit einem... Ja... Party Tracer... Nämlich ist die Engländer... Diese... Mach 3 Fusion... Blablabla... Mit diesem Merklingen System... Rasierer... Und... Und... Wenn man dann umsteigt wieder, so wie ich... Ah... Ungefähr zwei Jahren... Noch nicht ganz... Auf... Ah... Rasierhubel... Mein erster war der Kingsley Jourette... Ja... Dann... Es gibt halt auch ab und von mal kleine blutige Stellen... Aber im Vergleich zu dem... Auf was man mit einer vielleicht alle... Macht geben muss... Auf was nicht... Ist das hier... Hm... Ich habe nur Angst, das verblüben... Jetzt... Na... Ja... In dieser Zeit... So... Jetzt... Pass ich das Wasser aus dem... Waschbecken heraus... Ich wasche mein Gesicht... Ich nehme... Das... Kalten Wasser ab... Ich nehme... Den Alarm Block... Und... Desinfiziere... Ich weiß nicht... Wie... Das ist für mich mehr... Eine Desinfektion... Und ein... Ja... Deodorant... Im Geruch... Nach kurzer Zeit... Wenn es dann anfängt... Das Gesicht so zu ziehen... Ihr könnt das... Verfällig... Wenn ihr das Alarm... Den Gerüst habt... Äh... Dann... Wasch ich mir einfach... Das Gesicht ab... Ja... Dann... Ich bin... Aber... Die Sicht wird nicht gerollt... Sie wird... Ganz leicht getupft... So... Ja... Äh... Das ist auch... Mein erster Papa-Zent... Muss ich jetzt nicht mehr sagen... Und... Papa... Gefällt mir... Okay... Ja... 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 Das ist die Safte-Schicht nicht... Obwohl man ja viele Geschichten schon gehört hat... Das hier... Menschen... In Not... Auch auf der Schiff getroffen haben... Naja... Ich hab's nicht gesehen... Äh... Ob's auch stimmt... So... Ja... Das war's... Von der... heutigen... So... Von mir... Ich bedanke mich heute... Bei allen meinen... Zusehern... Heute besonders... Bei meinen deutschen... Zuschauern... Und auch die... Die der deutschen Sprache mächtig sind... Und auch bei allen anderen... Bei allen neuen... Zuschauern... Abonnenten... Natürlich... So... Bei den neuen Abonnenten... Und auch bei den... Bestehenden Abonnenten... Ich bedanke mich... Like... Subscribe... Etapa... Danke fürs Zusehen... Und eine schöne Woche... Bis zum nächsten... Video... Auf Roberts... Danke... Und... Auf Wiedersehen... Von Böl 18 modo... Von Böl Rough Man... Transport...